Die Ausstellung Facing Britain vereint 48 britische Fotografinnen und Fotografen in einer erstmaligen Übersichtsausstellung und zeigt auf eindrucksvolle Weise die Entwicklung der britischen Dokumentarfotografie hin zur künstlerischen Fotografie. Die Ausstellung ist unterteilt in sieben große Kapitel, darunter Zweiklassengesellschaft, Protest, aber auch die wunderbaren Selbstbetrachtungen wie How We Are. Natürlich spielt die Thatcher-Ära eine sehr große Rolle in der Entwicklung der britischen Dokumentarfotografie und es ist ohnehin erstaunlich, wie die Briten es schaffen, soziale, gesellschaftliche und politische Themen in ihren sehr, sehr ausdrucksstarken Bildern zu vereinen.